Wäre es okay, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ja klar, also deswegen seid ihr hier. Oh ja, ich bin sehr gerne Lehrer. Mit der Städtischen Schulleitung hat man natürlich wesentlich mehr Arbeit, aber auch das macht mir eigentlich Spaß und Freude, Verantwortung übernehmen zu können. Heikles Thema. Benehmen ist, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren, und seitdem bin ich schon Lehrer, ein bisschen geringfügiger geworden, sag ich mal vorsichtig. In manchen Klassen ist es durchaus schwierig, da überhaupt so Grundlagen zu legen. Insgesamt will ich mich aber nicht beschweren. Also sind junge Leute, kann man arbeiten, kann man was tun. Gut, Nachhaltigkeit, Fairtrade, Schüler, Firma, all das sind Themen, die mich mit meinen Fächern, Katholische Religion, Sozialwissenschaften, auch schon an anderen Schulen vorher bewegt haben. Firmen zu gründen, Wirtschaftsschüler näher zu bringen, finde ich wichtig. Fairtrade dann in den Blick zu nehmen, für Gerechtigkeit zu sorgen, all das sind Dinge, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und deswegen habe ich sehr schnell an dieser Schule, ich bin jetzt erst anderthalb Jahre hier, dann die Idee der Schülerfirma aufgegriffen und das versucht umzusetzen. Auch das ist ein Herzensanliegen, die Kooperation mit dem BDKJ zusammen mit der SV, Herrn Offermann und Frau Zeiss. Bedingt dadurch, dass ich früher sehr lange SV-Lehrer war, habe ich das gerne gemacht und gehört mit dazu. Das ist meine Schule, unsere Schule und dann kümmert man sich auch um die Gestaltung. Also ich glaube, ich bin nicht immer so locker, wie ich es mir wünsche, denn es gibt Tage, da ist es schon relativ geschäftig hier oben, weil einfach auch viele Dinge da sind. Und wenn dann alles zusammenkommt, also die Anrufe hier, die Mails da, der Unterricht, Elterngespräche, Schüler, die unzufrieden sind mit Noten, etc. Dann muss man schon mal tief durchatmen und ein bisschen Gang runterschalten und gucken, dass man das alles hinkriegt. Vielen Dank für das Video. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.